So, jetzt wollen wir mal den Bus hier verfilmen, Vorsicht Stufe, wir gucken, ob wir den, den kriegt man gar nicht ganz drauf auf die Kamera, aber so von der Seite kriegen wir ihn vielleicht drauf, er wird auch wahrscheinlich abgeschlossen sein, mal gucken, ob wir ihn von hinten drauf kriegen. Ja, wie ich schon bereits erwähnt hatte, auf meinem Kanal gibt es auch immer ein bisschen DDR-Museumsbesuche und auch Treffen, ist ja auch so ein Museumsbesuch, das Wetter passt. Hier, guckt euch das Ding mal an. Wild, richtig wild, Industrieverband, Fahrzeugbau der DDR, hier haben wir ein W50, muss das sein? Ja, W50LA. Warte, dann ohne Tasche, müssen wir mal. Der hat auch Handy weg, ne? Ja, 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 warte mal. Ich hab die alte Kelle noch rausgeholt. Hab ich zu Hause.